Vor diesem Buch hatte ich richtig Angst, bevor ich angefangen habe zu lesen. Und wenn ihr wissen wollt, warum und woran das gelegen hat und ob meine Angst gegründet war, dann bleibt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension auf meinem Channel. Es ist Donnerstag, es ist Rezi-Tag. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute soll es gehen um Schuldig von Kanae Minato. Ist erschienen im Bertelsmann Verlag, gehört zu Random House, hat 313 Seiten, kostet 18 Euro. Und das ist jetzt so ein Hardcover, weil das gerade halt erst erschienen ist. Und vom Cover her schaut es irgendwie genauso aus wie Geständnisse. Ja, das habe ich jetzt als Taschenbuch. Geständnisse mit diesem Apfel vorne drauf. Wundert euch nicht über meine schwarzen Finger, ich habe Haare gefärbt. Ja, und zwar war das damals so, dass Geständnisse mich absolut umgehauen hat. Also wirklich, ich war geflasht. Ich war, es hat einen den Boden unter den Füßen weggezogen. Was es da für Wendungen gab und für Erkenntnisse gab. Also das war so, das ging so auf die Psyche. Fand ich grandios. Und Kanae Minato ist ja Japanerin. Und man merkt in ihren Geschichten auf jeden Fall diesen japanischen Lifestyle, sage ich mal. Man merkt, die Japaner haben eine andere Mentalität. Ich war ja selbst schon drei Wochen in Japan und interessiere mich sehr für die japanische Kultur. Und ja, weiß, dass die Japaner einfach komplett anders sind und überhaupt nicht mit den Europäern zu vergleichen sind. Und das merkt man auch. Also sie sind schon mal zurückhaltender. Es geht viel darum, sein Gesicht zu wahren. Und es geht viel darum, sich zu benehmen. Und sie sind auch etwas ruhiger. Und man beleidigt sich nicht gegenseitig und solche Dinge. Und das kommt in Schuldig richtig gut rüber. Also wenn man so überhaupt keine Affinität zu Japanern und zur japanischen Kultur hat, dann kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall nichts für einen ist. Ja, auf jeden Fall geht es in diesem Buch um eine Gruppe Jugendlicher, die sich auf den Weg machen, einfach mal so einen Wochenendtrip zu machen. Und dabei kommt ein Jugendlicher ums Leben. Und ja, Jahre später erhalten die Jugendlichen, die eben über... Sie sind mittlerweile erwachsen, erhalten Drohbriefe. Und nicht mal sie selbst, sondern irgendwelche Menschen aus dem engeren Umfeld, wo es also richtig peinlich sein könnte. Also die Freundin, der Vater etc. erhalten eben einen Brief. So, XY ist ein Mörder. Ja, und sie werden eben mit diesen unterschwelligen Drohbriefen da belangt. Und ja, die ganze Geschichte, die rollt einfach wieder auf. Und wir erfahren eben so nach und nach, was damals halt wirklich geschah. Und ja, ich finde vom Klappentext hört sich das echt spannend an. Ich hatte aber halt so Angst, weil Geständnisse hat mich so umgehauen. Und ich wollte irgendwie wieder so ein Erlebnis haben. Und egal, ob man sagt, ja, man kann ein Buch nicht mit dem anderen vergleichen, nur weil es der gleiche Autor geschrieben hat. Ja, man muss dem Buch... Man kann das einfach nicht löschen, dass, wenn einen dieses Buch hier umgehauen hat, dass man dann... Man kriegt es nicht auf dem Kopf raus. Ich hatte wirklich so Angst. Aber auf der anderen Seite habe ich mich auch gefreut und habe einfach gehofft, dass mich das Buch nicht enttäuscht. Ja, vom Schreibstil her ist es auf jeden Fall wieder so wie im Vorgänger. Also es ist so, man merkt, dass die Japaner eine andere Art zu schreiben haben. Also ich möchte auch irgendwann mal ein Buch von einem anderen Japaner lesen. Ich habe ja schon mal, wenn die Katzen von der Welt verschwenden, gelesen. Das ist auch von einem Japaner geschrieben. Und man merkt es einfach, die haben eine... Ja, sie haben so einen Singsang im Schreibstil. Ich würde nicht mal sagen poetisch, aber so anders einfach. So eine andere Art zu sprechen und so einen Singsang in der Stimme, der total angenehm zu lesen ist. Und ja, ich war da auch gleich in der Geschichte drin. Ich habe mich aber am Anfang etwas gewundert, denn es geht um... Wie heißt der denn? Ich habe es nämlich nicht mit Namen und dann soll ich mir auch noch japanische Namen merken. Fukase. Katsuhisa Fukase. Ich kann auch kein Japanisch, ne? Ich habe nicht mal einen Japanischkurs gemacht. Auf jeden Fall Fukase ist nämlich der, der der Nerd ist in der Geschichte. Also, er war an der Schule, er hat immer gerne Bücher gelesen, er hat gute Noten geschrieben und er war halt gerne für sich und hat halt Leistung gebracht. Und irgendwann hat er halt endlich mal einen Freund kennengelernt. Und dieser ist nämlich auch der, um den es geht, also der eben umgebracht hat. Und es gibt halt so ein paar Dinge, die eben befremdlich sind, wenn man sich mit der japanischen Kultur überhaupt nicht auskennt. Es ist nämlich bei den Japanern so, dass die immer so eine, wie soll ich denn sagen, so eine Aufgabe brauchen, wichtig sein müssen, dass sie auch ihr Gesicht wahren, also dass man nicht zu ihnen Nein sagt oder sie ablehnt, ne? Und Fukase ist zum Beispiel einer, der geht total in seiner Rolle als Kaffeekocher in der Arbeit auf, ne? Also, dass er eben Kaffee kocht und immer die ganz besten Kaffeemischungen einkauft. Und das ist so sein Ding. Und das war dann auch bei diesem Ausflug schon so sein Ding. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ja, was soll das denn mit dem Kaffee ständig? Und das wird alles so lang ausgemerkt. Und dann habe ich mir gedacht, es geht einfach nicht weiter. Es geht immer nur um diesen Kaffee. Und dann ging mir auf, ja, das sind halt die Japaner. Die sind halt einfach so, ne? Also, die gehen dann total in ihrer Rolle auf. Und so war das halt auch in diesem Buch, ne? Was mich allerdings gestört hat, ist, dass wie die Geschichte ausging oder wie die Geschichte sich verhielt, das kam eigentlich jetzt schon so Mitte des Buches raus. Und das war jetzt für mich keine Überraschung. Und das ist nämlich, ja, auch das Problem, wo ich eben hinaus wollte, was für uns halt nicht so schlimm ist. Natürlich ist es schlimm, wenn ein Mensch ums Leben kommt, aber, ne? Ist halt für einen Japaner gleich super, mega, krass, schlimm und skandalös. Und, ja, das kann halt einfach nicht, ja. Wenn ich jetzt beide Bücher vergleichen müsste, dann müsste ich Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich kann diesem Buch leider nur drei Sterne geben, weil ich nämlich das bekommen habe, was drauf stand. Einfach einen Roman, der zwar schön zu lesen war, also ich konnte das Buch auch in einem Rutsch durchlesen. Es war fix weggelesen. Und ich fand auch die Charaktere nett. Ich fand Foucaise nett. Und ich fand die Anwandlung mit seiner Freundin nett. Und wie er immer im Kaffeehaus war und Kaffee getrunken hat, fand ich alles nett. Aber, wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich kein nettes Buch. Ich wollte ein spannendes Buch. Ich wollte ein Drama, eine Tragödie. Ich wollte wieder weggeflasht werden, eben wie in Geständnisse. Und das habe ich leider nicht bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mal wieder Lust bekommen, nach Japan zu fahren. Weil eben auch, was das Essen betrifft und, ja, solche Dinge, ja, sind ziemlich ausgemehrt worden. Und wie das Fleisch auf der Zunge zergangen ist und wie gut Sobanudeln schmecken und solche Sachen sind wahnsinnig ausgeführt worden. Und das war jetzt auch nicht langweilig, aber ich wollte das einfach nicht wissen. Ich wollte ganz andere Dinge wissen. Und, ja, irgendwie, das war mir einfach zu wenig, wenn ich ganz ehrlich bin. Leider. Also, ich habe dem Buch drei Sterne gegeben. Und, ja, wenn... Also, den nächsten Kanae Minato möchte ich auf jeden Fall auch wieder lesen. Einfach, weil ich die Hoffnung habe, weil ich ja weiß, wie die Autorin schreiben kann. Und... Das ist schon eine Autorin, ne? Nicht, dass ich euch jetzt hier Blödsinn erzähle. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, ja, ich weiß, wie sie schreiben kann. Ich weiß, was sie sich für Geschichten ausdenken kann. Es ist so ein paar Ostereier oder so ein paar Überraschungsmomente gab es auch in der Geschichte dann doch. Auch ganz am Schluss gab es auch so einen kleinen minimalen Aha-Effekt. Ja, aber es war einfach für mich nicht das, was ich erwartet habe. Und, ja, das finde ich wirklich schade. Ja, es... Also, ich bedanke mich aber dennoch nochmal bei dem Verlag, weil es war nämlich auch ein Rezensionsexemplar. Ich habe das kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen. Und, ja, mich würde auf jeden Fall von euch interessieren, welches letzte Buch eure Erwartungen leider nicht erfüllen konnte. Und vor allem auch, warum seid ihr mit so großen Erwartungen an das besagte Buch dann eben herangegangen. Schreibt mir das unbedingt mal in den Kommentaren. Ansonsten hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao! 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 Vielen Dank.